Wow! Ich lebe mit dem Haar. Yes. He makes an ordinary woman look like a queen. Where is Mattia? One second. He's beautiful. Ich bin so glücklich. Mattia! Was ist, was ich meine mit Haar? Was die Leute vielleicht nicht verstehen. Weil er sieht so aus wie ein Rockstar, aber er ist so eine fühlsamere Person. Er ist voll von Feelings und Atem. Er ist fantastisch. Ich freue mich so. Er greift jetzt an. Er war jetzt in New York. Er ist jetzt in London. Wünschen Sie ihn? Wünschen Sie ihm das auch, dass er noch mal so richtig den Durchbruch schafft? Ja, natürlich. Ich möchte gerne, dass Karl Glückner in der ganzen Welt, dass die Leute ihn kennen, auch in der Mehrheit. Ich glaube, er kann so viele Frauen machen. Und er ist super zügig und super Person. Ich kenne ihn so gut. Und ich glaube, er hat so viele auch Probleme gehabt. Aber er war immer da. Er hat nie weggewachsen. Er war immer Haar. Und jetzt er hat seine grünliche Anleitung. Und neu er liebt er. Ich freue mich, ich habe ihn so viel. Er hat ihn so gut. Ich sage ihm, ich weiß es nicht. Aber ja, ganz, ganz. Und du siehst es, das ist so hübsch, so schön. The material, alles ist so perfekt. Natürlich, vielleicht machst du nicht so viele Jewels, aber für den Show, das ist nur Haar und Grüttel. Ja, was kann ich sagen? Gut aus. Aber ich muss meine Haare machen. Und wir versuchen die andere Dress. Okay. Danke. Hi, Leute. Sorry, Leute. Wir müssen... Boys, wir müssen nachdenken. Okay. Sorry.